Der erste Bundesminister, der von seinem Amt zurücktrat, das war 1950 Gustav Heinemann. Und zwar nicht wegen eines Skandals oder wegen eines Fehltritts. Heinemann, damals CDU-Innenminister in der Regierung Adenauer, verließ erst sein Amt und später ganz und gar die Partei und die Politik aus Überzeugung und aus Protest. Protest gegen die vom Kanzler geplante Wiederbewaffnung der BRD. Hat dann erstmal als Rechtsanwalt gearbeitet und nach einigen Jahren in der SPD erneut Karriere gemacht. Justizminister in den 60ern, schließlich Bundespräsident bis 1974. Ein Bürgerpräsident wollte er da sein, so wird er heute erinnert. Heute vor 125 Jahren wurde Gustav Heinemann geboren. Albrecht Selge über die Wesensmerkmale dieses Mannes. Er ist Westfale und Protestant, lakonisch und spröde. Streitbar, aber ein Mann mit festen Prinzipien. Ich meine, es dürfte niemand seine Mitarbeit fortsetzen, wenn er Dinge tun soll, die er schlechterdings mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Sagt Gustav Heinemann über seinen Rücktritt im Jahr 1950. Weil Kanzler Konrad Adenauer die Bundesrepublik wieder bewaffnen will, beendet der überzeugte Pazifist Heinemann seine Mitarbeit in dessen Kabinett als Innenminister. Politische Gespräche verfolgt er schon als Knirps aufmerksam. Wenn sich der Großvater mütterlicherseits mit seinem Schwiegersohn, dem Vater von Gustav, zu Hause unterhält. Später studiert Heinemann Jura, engagiert sich lange in der evangelischen Kirche Deutschlands, wirkt sogar als Präses. Nach der Promotion lässt er sich als Rechtsanwalt in Essen nieder, einer Stadt, der er bis zu seinem Tod die Treue hält. Gustav Heinemann betrachtet Politik als Mannschaftskampf, setzt sich aber vehement für die geistige Unabhängigkeit des Einzelnen ein. Wir reden davon, dass wir eine Demokratie verteidigen wollen. Dann müssen wir zunächst einmal Demokratie sein und Demokratie riskieren. In der Großen Koalition leitet Gustav Heinemann das Justizressort. Als SPD-Mann. Die CDU hat er 1957 verlassen. Resozialisierung betrachtet er als ein Gebot des Sozialstaates, verrät Heinemann 1968 im Interview mit Günter Gauss. Und auf die Frage, ob er denn Lust hätte, Staatsoberhaupt zu werden, sagt Heinemann. Mit viel Zagen. Mit viel Zagen wegen der Größe der Aufgabe, die darin liegen macht. Sicherlich aber wegen der unwahrscheinlichen Erwartungen, die viele Menschen nun an solch einen Bundespräsidenten stellen. 1969, kurz vor seinem 70. Geburtstag und kurz bevor Willy Brandt Regierungschef wird, wählt die 5. Bundesversammlung Gustav Heinemann in West-Berlin zum 3. Bundespräsidenten. Erst im 3. Wahlgang. Und mit 512 zu 506 Stimmen ist das Ergebnis auch denkbar knapp. Denen, die eine andere Wahlentscheidung getroffen haben, bekunde ich meinen vollen Respekt. Ich hoffe, dass es auch mit Ihnen zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit kommt über der Gemeinsamkeit der Aufgaben, die uns allen gestellt sind. Die atomare Abschreckung der Supermächte treibt ihn um. Wir legitimieren unser Deutschland selbst als Schlachtfeld, wenn wir uns in die Aufrüstung einbeziehen. Mit diesem Satz bringt Heinemann einen Standpunkt zum Ausdruck, der sich in Teilen der Bevölkerung bis in die 80er Jahre halten wird. Seine letzte Weihnachtsansprache als Staatsoberhaupt fällt mit der Energiekrise 1973 zusammen. Die Tagesschau zitiert ihn am 24.12. Der Bundespräsident rief zur Sparsamkeit auf und erklärte, man müsse sich fragen, was man wirklich brauche und was das Leben wirklich lebenswert mache. Die anhaltende Ölkrise macht eine Umstellung von unserer, wie Heinemann sagte, Verschwendungswirtschaft auf eine Bewahrungsgesellschaft unausweichlich. Gustav Heinemann, der nach eigenem Bekunden auch durch seinen Glauben an Gott zeitlebens eine große Gelassenheit ausstrahlt, stirbt 1976. Dass mittlerweile weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung Mitglied in einer christlichen Kirche ist, hätte ihn betrübt. Geboren wurde der dritte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland am 23. Juli 1899.